Heute kommt eine ganz besondere Folge und zwar durfte ich vor ein paar Monaten Justin Welch interviewen und Justin Welch ist der größte Business Influencer auf LinkedIn, ich glaube so kann man ihn nennen, denn er hat über 480.000 LinkedIn-Followern. Das ist auch der Grund, warum ich Geld in die Hand genommen habe und eine 1 zu 1 Session bei ihm gebucht habe, um zu erfahren, was sein Geheimnis ist und vor allem, was er mir und unseren Kunden empfehlen würde, um schneller über LinkedIn zu wachsen. Das ganze Interview darf ich leider nicht veröffentlichen, aber daraus ist die Idee für das Experiment entstanden, was wir umgesetzt haben und dieses Experiment hat tatsächlich viel für mich auf LinkedIn verändert. Welches Experiment das ist und was wir daraus gelernt haben, verrate ich dir in dieser Folge und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein. Kurze Erinnerung, wenn du dir unsere neue LinkedIn-Algorithmus-Checkliste noch nicht gesichert hast kostenfrei, dann solltest du das unbedingt jetzt tun. Den Link dazu findest du hier unter dieser Folge, denn wir werden das demnächst wieder runternehmen und es wäre schade, wenn du dir nicht unsere besten Tipps und Hacks für mehr Reichweite auf LinkedIn sicherst. Wir springen in die Folge rein und hier ist nochmal Justin Welch, falls du mehr über ihn erfahren willst, was natürlich cool ist, er hat hier sogar so einen Button, über 480.000 Follower und hat auch einen kleinen Kurs, wo er ganz genau zeigt, wie er das aufgebaut hat. Absolute Empfehlung für den Kurs, da sind super wertvolle Tipps drin und du siehst, dass hier wirklich seine Posts regelmäßig über 1000 Likes bekommen und er wirklich da ordentlich Gas gibt, was das Thema LinkedIn angeht. Und ich muss sagen, aus dem Interview und du siehst hier Justin im Casual Outfit und mich hier links im Interview, dass wir über 25 Minuten gesprochen haben. Und eine Idee, auf die er mich gebracht hat, ist zweimal täglich zu posten und das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen verrückt an, weil wirklich einmal täglich, also 5 Tage die Woche war schon für mich ein Stretch und jetzt auf zweimal täglich zu gehen, war dann nochmal so krass, muss ich das jetzt wirklich durchziehen und ist da was? Und er meinte, ey, mach es dir leicht, mach morgen sozusagen einen neuen Post und nachmittag recycelst du einfach einen Post. Und da ich über die Jahre natürlich hunderte LinkedIn-Posts aufgebaut habe, ging es relativ schnell, irgendwie gute Posts rauszusuchen, die ich recyceln konnte. Und damit startete auch das Experiment, dass wir wirklich gesagt haben, hey, wir posten mal 30 Tage lang für sozusagen zweimal täglich. Und das haben wir wirklich konsequent durchgezogen. Mit Malte gemeinsam habe ich das Ganze gemacht und du siehst, das ist schon ein Weilchen her, aber jeden Tag haben wir jetzt zwei Posts pro Tag gemacht und das wirklich für über 30 Tage durchgezogen. Bevor ich dir verrate, was dabei rausgekommen ist, möchte ich kurz die Hürden sozusagen und die Zweifel auch mitgeben, weil tatsächlich nach der zweiten Woche war ich an dem Punkt, dass ich überlegt habe, das Experiment abzubrechen, weil einfach die Reichweite nicht weiter gewachsen ist, sondern sich eher Posts kannibalisiert haben. Und das war auch das erste Learning, was wir hatten, was super spannend war, dass es kaum noch Posts gab, die über 100 Likes hatten, weil sobald ich nachmittags gepostet habe, der Post von morgens gebremst war und vorbei war. Und dann meinte ich wirklich nach zwei Wochen zu Malte, hey, wollen wir das wirklich weiter durchziehen? Ich habe das Gefühl, wir schießen und damit ins Knie. Malte war, wir ziehen das jetzt durch, lass uns nach vier Wochen gucken, was passiert und machen das Ganze. Aber das war das erste Learning, was ich sozusagen hatte, dass wirklich sobald du einen neuen Post postest, kannibalisiert es den Post davor, der ist dann gelaufen und dann geht alles nur noch auf den neuen Post. Wenn man jetzt mal in die Zahlen reinguckt, dann wird es tatsächlich relativ spannend und das machen wir jetzt mal gemeinsam, weil das war nach den vier Wochen aus meiner Sicht nicht so wirklich zu sehen, weil unsere Hypothese war am Ende, dass wir mehr Reichweite dadurch bekommen. Meine Idee war, wenn wir doppelt so viel posten, könnte es natürlich dazu führen, dass wir auch doppelt so viel Reichweite bekommen. Und tatsächlich war das nicht der Fall. Also man sieht hier in den letzten 90 Tagen, dass wir zwar gewachsen sind, aber aus meiner Sicht sind 25% jetzt nicht wahnsinnig signifikant. Also ist schon nicht schlecht, aber am Ende auch nicht wahnsinnig signifikant, dass man sagt, hey, das macht einen Unterschied. Und auch gleiches Spiel hat sich bei den Followern abgespielt, da gerade mal um 10% mehr gewachsen. Auch das hatte nicht den Impact, den ich dachte. Und das war auch so, dass ich gesagt habe, als wir das erste Mal drauf geguckt haben zu Malte, hey, lohnt sich das überhaupt? Lass es uns doch irgendwie sein lassen. Dann kam aber tatsächlich Malte mit einer Metrik um die Ecke, die ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, dass man die hier so gut auswerten kann. Und zwar gibt es hier noch die Möglichkeit, auf Interaktion zu gehen. Und da siehst du, und das war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt auch ungefähr bei 95%, hier fast 90%. Und das hat angefangen, mich zum Grübeln zu bringen, weil ich dachte mir so, hey, Reichweite kann ich damit nicht sozusagen irgendwie weiter pushen. Aber Reichweite war gefühlt auch nie mein Problem, weil in den letzten 365 Tagen habe ich eine Reichweite von, was haben wir hier, 2 Millionen, glaube ich, 2,2 Millionen. Ja, und das bedeutet, ich erreiche genug Menschen über die Plattform. Aber wenn man Reichweite geknackt hat, und das ist sozusagen auch Phase 2, geht es um das Thema Interaktion. Und das ist auch etwas, was du vielleicht aus meinen letzten LinkedIn-Videos mitgenommen hast, dass natürlich Leute, die mit dir interagiert haben, zum Beispiel geliked haben oder auch kommentiert haben, natürlich Leute sind, die ein viel höheres Level an Vertrauen haben, als Leute, die nur deinen Post lesen. Und das war der Moment, wo ich so ins Grübeln gekommen bin und dachte mir so, hmm, das ist eigentlich eine gute Indikation, weil, ist auch einfach zu erklären, wenn man zweimal pro Tag postet, hat man natürlich zwei unterschiedliche Themen, wo ganz unterschiedliche Leute darauf reagieren können. Und das bedeutet, statt fünfmal habe ich jetzt zehn Punkte sozusagen pro Woche, wo die Leute kommentieren können, wo sie liken können, wo sie sozusagen ihre Meinung dazu abgeben können. Und dann kam mir noch eine Sache in den Sinn, und zwar Alex Homozi aus Amerika hat gesagt, dass er immer wieder das Problem hatte, mit seinem Content weiter zu wachsen auf Social Media. Und dann hat er sich auch von einem großen Social Media Guru sozusagen teure 1 zu 1 Sessions gebucht. Und die haben einfach nur ihre Feeds nebeneinander gelegt und jedes Mal, wenn Homozi einmal gepostet hat, hat der halt wirklich zehnmal gepostet. Und das war in dem Fall irgendwie Instagram und auch Twitter. Und er meinte, die Gleichung war gleich relativ simpel. Als wir verzehnfacht haben den Content, hat sich auch unser Umsatz und unsere Reichweite verzehnfacht. Und das hat natürlich Homozi sozusagen aufgegriffen. Die Challenge hat gesagt, okay, lass es uns verzehnfachen. Und ein paar Monate später hat er genau das bestätigt, dass genau das passiert ist. Und das ist tatsächlich auch die Kennzahl, die bei mir in den Kopf gekommen ist, dass ich nichts zu verlieren habe, wenn ich diese zwei Posts pro Tag mache, weil das Engagement nach oben geht und einfach mehr Leute mit mir interagieren können und das jetzt auch über weitere Plattformen sozusagen tun werde. Die fundamentale Frage, die natürlich entsteht, wenn man sich dieses Experiment hier anguckt und das auch das, was wir in der Slideshow sozusagen hier zusammengefasst haben, und du siehst, auch die ist extrem gut angekommen, dass man sich natürlich fragt, ob es sich auch monetär sozusagen lohnt. Ist da am Ende auch etwas rausgekommen, dass man sagt, es sind mehr Anfragen geworden, es sind irgendwie mehr Kunden geworden, es sind am Ende mehr Abschlüsse geworden. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht etwas noch, was sich in den nächsten Wochen zeigen wird. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Wochen mehr Anfragen als sonst bekommen, aber ich würde in dem Fall auch sagen, dass es noch nicht überdurchschnittlich irgendwie ist. Es kann auch die Q4 Rallye irgendwie sein. Aber nichtsdestotrotz, die Hypothese, dass mehr Engagement zu mehr Vertrauen führt und mehr Vertrauen per se eigentlich zu mehr sozusagen Leuten führt, die sich dann bei er melden, die würde ich sofort unterschreiben. Und da der Arbeitsaufwand jetzt auch nicht gigantisch sozusagen groß ist für uns als Team, habe ich gesagt, wir fahren das Ganze weiter und werten das Ganze in ein paar Wochen nochmal aus. Was spannend war und was du aus dieser Folge auch unbedingt mitnehmen kannst, ist, dass wenn du zweimal pro Tag postest, du so einen ganz neuen Referenzwert hast, was es bedeutet an Aufwand für Content. Weil das Coole war wirklich mit dem Thema recyceln, das war immer etwas, was ich machen wollte und mir dachte, hey, das will ich irgendwie implementieren, weil ich so viele gute Posts habe. Und dieses morgens einen alten und nachmittags einen, morgens einen neuen, genau, nachmittags einen alten, war eine coole Logik, die ich aufgegriffen habe von Justin Welch. Aber das ist auch eine Challenge, die du vielleicht mal machen kannst, wirklich, wenn du jetzt vielleicht zwei oder dreimal pro Woche postest, mal für einen Monat, mal wirklich fünf Tage die Woche zu posten. Und auch da bestenfalls das in einem Rutsch zu machen, einen Vormittag oder einen Tag dich einzusperren und das fertig zu machen. Weil ich merke jetzt einfach zu überlegen von zehn Slots, die ich habe pro Woche oder zehn Posts, die ich habe, wieder auf fünf runter zu gehen, fühlt sich irgendwie verkehrt an. Und das ist etwas, was für mich nochmal so spannend war. Vor ein paar Jahren war irgendwie dreimal pro Woche wahnsinnig viel für mich. Und jetzt denke ich mir, hey, zehnmal pro Woche ist irgendwie ja total normal. Wie könnte man nicht zehnmal pro Woche posten? Und das war einfach ein extrem spannender Blickpunkt, diesen Referenzwert zu setzen. Und selbst wenn du nach den vier Wochen merkst, hey, das ist ein Tempo, was du nicht aufrechterhalten kannst, alles cool. Aber das mal gemacht haben und auch als mal Challenge gemacht zu haben, ist aus meiner Sicht super interessant, weil man einfach ein ganz anderes Gefühl bekommt und merkt, hey, das kriegt man auch locker unter, wenn man das Ganze sozusagen hinbekommt. Am Ende, genau, wenn du Lust hast, sozusagen dir unsere größten Algorithmus-Inside zu sichern, dann wie im Intro angekündigt, klick einfach mal auf den Link zur Algorithmus-Checkliste hier unter diesem Video. Ich halte dich auf jeden Fall in den nächsten vier bis acht Wochen up to date, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Tatsächlich andere Content-Creator haben mich auch schon angetickert und meinten, hey, Robert, ist das was, was ich jetzt machen muss? Das muss ich jetzt zweimal pro Tag posten. Ich muss sagen, dass Engagement wirklich die entscheidende Kennzahl war, die mich davon überzeugt hat. Und ich werde berichten, wenn sich das sozusagen auch auf das Thema Leads, Kunden und Abschlüsse auswirkt und gebe dir in den nächsten Wochen ein neues Update. Das ist es für diese Folge gewesen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du der Folge einen Like da lässt und das Ganze ein bisschen zum Fliegen bringst, damit wir wirklich mal die 100 Likes auf einer Folge knacken. Das würde mich wahnsinnig freuen und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.